Mein Name ist Martin Ewent. Ich arbeite bei Schüko im Produktmanagement und beschäftige mich mit Fassaden. Heute möchte ich Ihnen unsere Freiformfassade Grid to Shell vorstellen. Die gestalterischen Anforderungen an die Gebäudehülle nehmen kontinuierlich zu. Dabei besteht der Wunsch nach freiformbaren Gestaltungsmustern mit Wiedererkennungswert, bis hin zur Schaffung von individuellen Gebäudeidentitäten. Bei der Umsetzung und bei der Planung kommt es dann darauf an, diese besonders einfach und effizient zu gestalten. Grid to Shell trägt dem Rechnung und ist eine freitragende Aluminium-Glaskonstruktion, die als Vorhangfassade, aber auch als Lichtdachkonstruktion objektspezifisch eingesetzt werden kann. Durch dreieckige oder mehräckige Rasterelemente sind individuelle Formen der Gebäudehülle realisierbar. Besonders einzigartige Gebäudeformen entstehen durch die Möglichkeit, die Konstruktion fließend von der vertikalen Fassadenebene in den Dachbereich übergehen zu lassen. Dabei ist Grid to Shell eine vollwertige Vorhangfassade oder Lichtdachkonstruktion in Ganzglasoptik mit hervorragenden Statik-, Dichtheits- und Isolationseigenschaften. Grid to Shell ist eine freitragende Aluminium-Glaskonstruktion, wodurch keine zusätzlich tragenden oder aufbauenden Stahlunterkonstruktionen notwendig sind und Korrosion gar keine Rolle spielt. Für das Innendesign kann das Oberflächenfinish der Profile und der Verbindungsknoten individuell durch eine Beschichtung gewählt werden. Die Schyko Grid to Shell-Lösung bietet dabei die gewünschten Gestaltungsfreiheiten. Sie ist unkompliziert und objektspezifisch für Ihre Projekte einsetzbar. Sie möchten mehr Informationen? Sprechen Sie uns an, besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie dem Link in der Videobeschreibung.